Steinbeck hat gerade ein neues Update für die 10er-Version von Cubase veröffentlicht, und zwar die Version 10.0.20. Und normalerweise sind solche kleinen kostenlosen Updates ja immer nur Bugfixes, also werden kleine Fehler beseitigt. Aber es gibt hier auch diesmal einige interessante, spannende Neuerungen, die ich in diesem kleinen Zusatztutorial hier erklären möchte. Mein Name ist Holger Steinbring, ich bin zertifizierter Steinbeck-Trainer und auch Dozent und ich habe ja unlängst zu Cubase 10 zwei sehr umfangreiche, ja kann man sagen fast die umfangreichsten Tutorials überhaupt gemacht, die das gesamte Programm erklären. Und das hier ist so ein bisschen als kostenloses Update zu diesen beiden Cubase Complete 10 Tutorials, wie sie heißen, zu sehen. Ich werde da noch gleich einiges zu sagen. Also legen wir direkt los. Was haben wir neu? Also optisch hat sich jetzt anscheinend erstmal nichts geändert, aber wir fangen direkt an. Es gibt eine neue Funktion, die gibt es sowohl in der Werkzeugleiste hier oben als auch in der Transportleiste und auch in den Editoren. Und die muss man sich einblenden mit Rechtsklick und die nennt sich Locator-Bereichsdauer. Zu den entsprechenden Werkzeugzeilen und den Transportleisten gibt es aber in meinem Cubase Complete die Referenztutorials natürlich umfangreiches Kapitel. Und hier haben wir jetzt eine neue Funktion, die zeigt mir die Länge meines Locator-Bereichs an. Also in dem Fall sind das zwei Takte. Ich kann von hier aus die Länge direkt ändern, das heißt der Startpunkt ist ja immer der gleiche. Ich kriege das jetzt angezeigt zwei Takte beispielsweise. Und zwar kann man das hier, hier steht auch die Umschalttaste, also Shift-D, kann man im Prinzip hier reinklicken und kann dann den Wert direkt ändern, beispielsweise auf 4, wenn ich möchte. Und kann das hier verlängern, dementsprechend ist das gleiche, als würde ich das hier anfassen, aber so kann ich es direkt im Menü machen letztendlich. Und das gleiche gibt es hier unten natürlich auch. Auch hier, Rechtsklick, falls es nicht angezeigt wird, da gibt es die Locator-Bereichsdauer. Die ist jetzt hier aus irgendeinem Grunde ganz an die Seite gerückt, nämlich da hinten hin. Wenn mich hier stört, kleiner Tipp, Rechtsklick, Einstellungen. Hier wird sie angezeigt und dann einfach aufwärts. Das zeige ich natürlich dementsprechend in meinem Tutorial auch. Und hier, zack, kann man sich das anordnen und jetzt sitzt sie hier vorne. Was ich sehr interessant finde, wenn man beispielsweise hier die Locatoren gesetzt hat und möchte sich das anhören, kann man die Locatoren auch vertauschen, um im Prinzip in einem Song, ja, diese Position zu überspringen. Das musste man normalerweise immer durch Gefummel machen, indem man das hier anfasst und verschiebt. Das geht jetzt hier ganz einfach, indem man hier diesen kleinen Button drückt und zwar kurz gedrückt hält. Ich mache das, lenke Maustaste, man sieht, das schaltet jetzt um und die Locatoren sind jetzt vertauscht. Geht natürlich hier oben auch, kann man wieder zurücksetzen. Finde ich ganz nett, weil man so auch direkt sieht, wie lang der Locator-Bereich ist und kann ihn natürlich auch dementsprechend hier direkt ändern. Ja, das ist die eine Sache. Wo wir doch gerade im Projektfenster sind, was ich gerne mache, ich habe jetzt hier eine Audiodatei drin und nutze hier gerne diese, ja, Lautstärke, um was anzupassen. Und wenn ich dann aber natürlich irgendwie schneiden möchte, dann finde ich möglicherweise hier in der Wellenform nicht genau den Punkt. Da nutze ich dann ganz oft hier an der Seite diese Wellenformvergrößung, also dieser Wellenformzoom, um den größer zu machen. Achtung, hierbei wird es nicht lauter. Und das hat mich immer genervt, dass ich mit der Maus immer hier rüber muss. Und was es neu gibt, es gibt Tastaturfehler dafür. Die kann man natürlich sich ändern, sind standardmäßig auf der Taste Alt-G und Alt-H. Mit Alt-H kann ich es größer machen, wie man hier sieht. Und mit Alt-G kann ich es letztendlich kleiner machen. Das geht hier natürlich auch. Und was auf jeden Fall ein kleiner Kritikpunkt bei vielen Anwendern war, das war die Tatsache, dass diese Kontextmenüs, die man hier hatte, die sind ja neu überarbeitet worden, also Rechtsklick irgendwo drauf, die waren sehr spartanisch. Die hat Steinberg jetzt massiv aufgebohrt. Und je nachdem, wo man draufklickt, passiert was anderes. Und zwar kann man das auch einschalten. Und normalerweise mit Rechtsklick hier geht das Kontextmenü auf. Und dann hat man hier teilweise auch zusätzliche wichtige Funktionen. Das ist jetzt im Projektfenster. Und ganz wichtig, ich habe hier die Werkzeuge wieder. Ich kann also hier direkt die Werkzeuge anwählen. Das gab es vorher auch nicht. Das Gleiche übrigens, wenn ich beispielsweise hier auf diese Audiodatei mit Rechtsklick draufklicke, dann bekomme ich hier zusätzliche sinnvolle Funktionen angezeigt, dass ich beispielsweise das Ganze wieder in eine eigenständige Kopie umwandeln kann oder kann hier verschiedene Verschiebungen oder Fades machen. Das gab es vorher auch nicht. Und natürlich auch hier die Werkzeuge. Gleiches gilt für einen MIDI-Part. Rechtsklick drauf. Hier sieht man, kann ich direkt in den Logical Editor gehen oder kann hier direkt entsprechende Sachen verschieben an den Positionen zeige. All das, was man ganz früher auch hatte, ist jetzt hier alles wieder drin. Übrigens gibt es das auch in den Editoren. Wenn ich beispielsweise mit Doppelklick meine Sample Editor aufmache und hier einen Rechtsklick reinmache, auch hier die Werkzeuge des Editors plus die zusätzlichen Möglichkeiten. Das gab es vorher in der Form auch nicht. Und wo wir gerade hier in diesem Editor sind, was sehr Spannendes und was auch ein bisschen problematisch war, die Hitpoints. Die Hitpoints sind ja Marker hierfür. Und das zeige ich in meinem Kapitel 3.7 meines Cubase Complete 10, die Referenz-Tutorials umfangreich, wofür die da sind. Und wir haben jetzt hier einen neuen Regler dazu gekommen, einen Intensitätsregler. Den gab es vorher auch nicht. Normalerweise läuft das ja so. Cubase erkennt automatisch diese Hitpoints hier, kann die auch bearbeiten. Diese Hitpoints werden normalerweise ein Lautstärke-Maxima gesetzt. Wenn nichts anderes eingestellt ist, also wenn Schwellwert und Intensität auf Null sind, werden überall, wo was erkannt worden sind, Hitpoints gesetzt. Das ist hier auch relativ unkritisch bei dieser Gitarrenspur. Das sind so angeschlagene Gitarren. Hier wird überall ein Hitpoint auf Basis des Lautstärke-Maximas erkannt. Und man konnte mit dem Schwellenwert dann diesen Lautstärkewert etwas höher setzen, sodass die leisen Anschläge ausgeblendet worden sind. Man kann natürlich trotzdem noch oben durch das Dreieck erkennen. Hier war mal ein Hitpoint. So, mache ich mal wieder zurück. Jetzt hat man aber das Problem beispielsweise, wenn ich jetzt mal hier mein anderes Material anwähle. Da habe ich hier so einen Loop drin. Hier habe ich genau das Problem, dass hier teilweise die Hitpoints alles übereinander sind. Und wenn ich jetzt hier die Hitpoints habe, wird das etwas merkwürdig erkannt. Der Schwellenwert steht hoch. Ich stelle ihn mal runter. Und ich habe hier tonale Anteile drin. Und ich habe hier reine Lautstärke-Maxima drin. Und dieser neue Regler hier, der Intensitätsregler, ist jetzt dafür da, dass ich unabhängig von dem Lautstärke-Threshold einen Threshold habe, der eher sich an den tonalen Anteilen ausrichtet. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise mit dem Intensitätsregler hochgehe, sobald ich hier reinklicke, sieht man diese orangenen, hier an der Stelle auftauchen, orangenen Pfeile. Die zeigen mir zwar auch an, wo Maxima sind, aber eher vom tonalen Aspekt her. Im Prinzip kann man so unterschiedliche Schwellwerte setzen. Einmal für den tonalen, einmal für den reinen Audiobereich. Aber man kann das auch kombinieren. Ich kann zum Beispiel mit den Schwellwerten hier etwas ausblenden und kann versuchen, mit den Maxima noch mehr tonale oder lautstärke Anteile hier auszublenden. Das muss man ausprobieren. Auf jeden Fall ist es jetzt die flexibelste Lösung für, ja, im Prinzip Hitpoints einrichten auf Basis von, ja, allen verfügbaren Charakteristiken im Sound. Also das finde ich eine sehr gute Sache. Man muss ein bisschen natürlich damit rumspielen. Aber so erwischt man wirklich nahezu alle Hitpoints in nahezu allen Arbeitssituationen. Ich sage immer nahezu, weil möglicherweise werden natürlich einige Hitpoints trotzdem nicht erwischt. Dann kann man sich neue erzeugen. Also wie gesagt, alles zum Thema Hitpoints gibt es auch bei mir im entsprechenden Kapitel 3.7 in dem Cubase-Referenz-Tutorial. Und ich gehe mal hier an der Stelle wieder raus. Man hat es vielleicht eben schon gesehen. Kleine Feinheit, wenn ich beispielsweise hier oben die Werkzeuge umschalte. Ich habe ja hier für das Objektauswahlwerkzeug, wenn ich draufklicke, die Größenänderung Daten verschieben und Timestretch. Das mache ich aber nicht hier oben. Das mache ich normal mit der Taste 1 auf meiner Tastatur. Und dann sieht man immer, wenn man hier umschaltet, taucht hier in Orange auf, was gerade angewählt ist. Ganz ehrlich, mich nervt das ein bisschen, zumal ich das hier oben auch durch das Symbol angeklickt habe. Und anscheinend hat das auch andere Leute ein bisschen genervt. Deshalb hat Steinbeck hier Erbarmen gezeigt. Und über die Voreinstellung von Cubase findet man im Menü Bearbeitungsoption Werkzeuge. Jetzt den Punkt Meldung anzeigen, wenn Werkzeugmodus über Tastaturprofil geändert wird. Den kann man deaktivieren. OK klicken. Und wenn ich jetzt hier umschalte, sieht man, das gilt auch für einen Sample-Editor, nicht mehr diese orangenen Einblendungen. Also ich finde das so auf jeden Fall dementsprechend besser. Ja, was die Projektfarben betrifft, da hat sich ja auch einiges getan. Da ist im letzten Update schon einiges passiert. Aber hier möchte ich nochmal zeigen, was hier generell nochmal dazugekommen ist. Und zwar, wir haben jetzt im Menü Projekt nicht mehr hier oben diesen Punkt wegen den Projektfarben. Das ist jetzt alles hier rüber gewandert. Ich kann das jetzt hier also aussuchen oder durch das Färbwerkzeug, was dazugekommen ist. Aber ich habe im Menü Projekt hier unten jetzt neu die Projektfarbeneinstellungen. Kann ich übrigens mit Alt, Shift und S öffnen. Und diese sind auch überarbeitet worden. Wir haben jetzt so diese Vereinheitlichung in Cubase, wie wir das bei verschiedenen anderen Menüs haben, dass ich hier ein Hauptfenster mit verschiedenen Reitern hier oben habe. Und das möchte ich mal gerade durchgehen. Ich habe hier meine Farbpalette. Das ist jetzt die Standardfarbpalette. Ich kann natürlich diese Farben durch Klicken hier drauf ändern. Das ist auch nichts Neues. Ich kann hier unten RGB-Farben eingeben oder hier einfach mir eine besondere Farbe aussuchen, die ich möchte. Ich kann hier einen Doppelklick drauf machen und den Namen eingeben. Zum Beispiel sage ich jetzt hier, Grün sind bei mir immer die Melodie-Spuren. Deshalb nenne ich das beispielsweise mal Melodie. Und jetzt habe ich ganz neu hier ein kleines Zahnrad-Symbol. Wenn ich da draufklicke, kann ich hier direkt diese Farbe duplizieren, diese Farbe komplett entfernen oder die Farbe zurück aufs Original setzen oder eine Farbe einfügen. Das finde ich sehr spannend. Wenn ich das mal mache, wird hier eine neue Farbe eingefügt mit dem Namen Unbenannte Farbe. Und die ist automatisch eine Mischung aus der vorangegangenen und der nächsten Farbe. Also in dem Fall so eine Grün-Mischung. Vielleicht sieht man es ein bisschen besser, wenn ich es mal hier zwischen Lila und dem anderen Türkis mache, Farbe einfügen. Hier sieht man sehr schön, es ist die Mischung. Und das wird natürlich nach unten gesetzt hier und dann wird das mit eingefügt, was die Farben betrifft. Schöne Sache. Hier das können wir mal hier auch wieder entfernen. Dann ist das halt weg. Unter Presets ist sehr interessant. Die Anzahl der Grundfarben, die sind hier in dem Fall auf 16. Man kann aber die auch auf 8 setzen, wenn ich hier nur 8 Farben haben möchte. Oder wenn ich wirklich mit bis zu 32 Farben arbeiten will, wenn ich übernehmen klicke, um das direkt zu zeigen, habe ich hier direkt das komplette Fenster mit meinen 32 Farben und steht mir natürlich auch hier oben zur Verfügung. Und ich gehe mal wieder in das Projektfarbeinstellungsmenü hier rein. Und zwar, man sieht, diese Farben werden auch sortiert, Anzahl der Farbtöne ein. Man sieht, diese Farbpalette hat zusätzlich eben diese neuen Farben hier bekommen und die werden direkt auch dementsprechend eingeordnet. Man sieht das auch hier. Die kann ich jetzt natürlich auch benennen. Und ich kann aber die Anzahl der Farbtöne auch hochsetzen, wenn man möchte. Auf hier. Dann ändert sich das und ich habe halt im Prinzip hier diese, ja, etwas intensivere Farben, die dann mehr ins Weiß gehen. Also mit weniger prozentualem Farbanteil, wenn man möchte. Und er kann natürlich die Farben sortieren nach den normalen Grundfarben, wie wir es hier haben. Oder nach den Farbtönungen hier. Das hatten wir vorher auch. Das kann man jetzt hier direkt sich anordnen. Und besonders toll finde ich die Funktion, wenn man hier auf Optionen geht, Farbpalette als Standard speichern. Kann man sich abspeichern, kennen wir schon. Oder auf Standardwerte zurücksetzen. Falls ich mich hier wirklich irgendwie zu weit ausgetobt habe, kann ich das zurücksetzen. Und Farbpalette auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das geht auch. Und wichtig ist Farben nach Namen auswählen. Das mache ich mal. Weil wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel draufklicke, geht wie früher meine Farbpalette auf. Und ich kriege nicht nur die Farben, sondern daneben auch den Namen angezeigt. Man sieht ja selber, ich habe jetzt hierfür keinen Namen gegeben. Das heißt Color 1. Aber das könnte ich beispielsweise umnennen und habe so die alte Farbdarstellung genauso hier an der Seite. Wobei ich sagen muss, ich habe mich ein bisschen schon an die Neue gewöhnt. Mir gefällt das eigentlich besser, wenn ich unter Optionen eben Farben nicht nach Namen auswähle und dann einfach hier die Farbpalette angezeigt bekomme. Das ist natürlich ein bisschen Gewöhnung, aber so kann sich jeder einstellen, wie er das möchte. Wer noch mehr zu den Farben wissen will und den ganzen Funktionen, auch das habe ich in meinem Cubase Complete 10 die Referenz eingehend behandelt. Und das findet sich im Kapitel 5.1. Ja, gut. Dann gehen wir direkt weiter. Und zwar gehen wir mal in die Kanalübersicht. Mache ich mal einfach hier für die Audiospur die Kanalübersicht auf. Hier scheint sich optisch erstmal nichts geändert zu haben. Hier gibt es aber eine kleine Neuerung. Und zwar hier oben in diesem kleinen Zahnrad-Symbol Fensterlayer oder einrichten, konnte man bisher nur das Direct-Out aufrufen. Wenn ich da draufklicke, kann ich das Direct-Routing hier natürlich einblenden, wenn ich möchte. Und ich kann den Signalweg einblenden, den kompletten. Wie dieses Kanaleinstellungsfenster hier komplett funktioniert, behandle ich natürlich im entsprechenden Kapitel in meinem Cubase Complete 10 die Referenz-Total in Kapitel 6.10. Und da haben wir natürlich alles bezüglich des Mixers und aller Bedienparameter. Aber das finde ich sehr gut. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es gibt ab und zu mal hier bei einigen Anwendern, das betrifft nicht viele, Probleme mit der Darstellung, gerade dieses Mixer-Bereichs. Da gab es ja bisher in Cubase die Funktion, die ist zwar immer noch da, mit Alt-Klick auf diesen Pfeil hier, die Reset-Channel-Settings-Window hier auszuwählen, damit es zurückgesetzt wird. Ja, laut der Bug-Fix-Liste von Steinbeck ist dieser Fehler mit dem Release hier, der 10.0.20-Version, komplett gefixt worden. Und das heißt, der dürfte eigentlich nicht mehr auftauchen. Wir werden mal sehen, ob es das wirklich ist. Aber ich glaube eigentlich schon, da ist ja lange dran gearbeitet worden. Ja, und natürlich haben wir auch noch andere Neuerungen. Steinbeck hat ja schon damit angefangen, bei der 10er-Version die ganzen Plug-in-Oberflächen umzubauen. Teilweise kamen auch neue Funktionen dazu. Und hier ist man jetzt sogar weitergegangen und hat hier bei der Version Punkt 2.0 auch noch einiges gemacht. Und zwar gehe ich mal hier hin. Ich habe hier auf den Insert-Effekt-Tab mal ein paar Effekte geladen. Und dazu mache ich mal das Erste, die Mod-Maschine hier oben auf. Und ich blende jetzt mal hier nebendran dazu die alte Bedienoberfläche auf. Auch hier sieht man, komplett neu überarbeitet worden. Aber wenn man genau hinguckt, die Funktionalität ist die gleiche. Also jeder, der sich im Prinzip schon mit der Mod-Maschine beschäftigt hat, wird sich nur an diese neue Oberfläche, die natürlich hochauflösend ist, einarbeiten müssen und kann dann direkt so weitermachen. Übrigens natürlich erkläre ich die Mod-Maschine auch im Detail in meinem Cubase-Complete-10-Effekte- und-Instrumente-Tutorial dort im Kapitel 3.1.2. Ja, die Mod-Maschine ist neu. Was haben wir denn noch? Auch der Amp-Simulator. Wie gesagt, der hat eine neue Oberfläche bekommen. Die ist jetzt nicht ganz so viel anders. Die ist halt nur dem neuen Design angepasst worden. Auch den Amp-Simulator zum Verzerren von hauptsächlich Gitarren-Sounds erkläre ich, wie gesagt, Kapitel 3.2.1 in meinem Effekte- und-Instrumente-Tutorial. Ja, dann haben wir noch weiter die VST-Dynamics. Die sind auch komplett neu bearbeitet worden, wie man sieht hier. Das ist ja bestehend aus Gate, Kompressor und Limiter, drei Dynamik-Plug-Ins, die man hier im Prinzip neu gebaut hat. Hier gibt es den Module-Configurator. Das heißt, hier kann ich die Reihenfolge umschalten. Aber ansonsten ist die Funktionalität natürlich auch exakt identisch. Natürlich ist man abwärtskompatibel mit dem alten VST-Dynamics. Übrigens, wie ein Kompressor, Gate und ein Limiter genau funktioniert, das erkläre ich natürlich auch in meinem Effekte- und-Instrumente-Tutorial. Und natürlich auch hier die alten VST-Dynamics in Kapitel 3, 3, 8. Ja, gehen wir weiter. Das Roomworks hat auch eine neue Oberfläche bekommen. Das sah vorher, wie man sieht, hier auch etwas anders aus. Aber hier ist die Funktionalität natürlich auch gleich geblieben. Nur, es sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Und damit kann man sehr tolle Sachen machen, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Auch das, wie gesagt, in meinem Effekte- und-Instrumente-Tutorial im Kapitel 3, 11, 3. Man sieht, da sind alle Effekte erklärt worden. Gehen wir direkt weiter. Mono to Stereo. Relativ kleiner, aber feiner Effekt zum Erzeugen von stereoartigen Sounds aus einer Mono-Aufnahme heraus. Ganz nett. Auch das hat eine neue Oberfläche bekommen. Auch das erkläre ich natürlich umfangreich im Kapitel 3, 12, 2 meines Effekte- und-Instrumente-Tutorials. Und dann haben wir noch aus dem Bereich Surround den Mix 6 to 2, um im Prinzip, ja, ich sag mal, eine Mehrkanalmischung auf Stereo runterzumischen, um zu hören, wie das funktioniert. Auch hier ist die Bedienoberfläche neu. Auch das zeige ich natürlich im Kapitel 3, 13, 1 meines Effekte- und-Instrumente-Tutorials. Und last but not least haben wir noch den Tuner für Gitarren und Bass-Sounds oder beziehungsweise alle Materialien, die irgendwie getunt werden müssen. Hier hat man eine richtig schöne Anzeige. Die ist grafisch etwas überarbeitet worden und funktional ist hier natürlich auch nichts passiert. Auch das zeige ich im entsprechenden Kapitel. Es ist übrigens 3, 14, 4. Ja, es geht noch weiter. Wir haben noch ein paar weitere Plugins. Die Bedienoberflächen haben sich nicht geändert. Das werden aber jetzt Anwender zu schätzen wissen, die mit einem hochauflösenden Monitor, zum Beispiel auf einem Mac mit einem Retina-Display oder auf einem Windows-PC mit einem High-DPI-Monitor arbeiten, zum 4K-Monitor beispielsweise, da sind folgende Plugins überarbeitet worden und jetzt hochauflösend in der Grafik. Das Magneto ist es, das Quadrafass V2, der Tube-Kompressor, der Vintage-Kompressor und das Revelation. Damit sind wir eigentlich fast ganz durch, was die Plugins betrifft. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist bei den Tools. Ich hätte gerne ein neues Multiscope, weil das sieht wirklich noch so ein bisschen aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Aber ich denke mal, es wird ja noch vielleicht ein paar Updates geben und da werden wir das dann natürlich dementsprechend doch hoffentlich bekommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, das sind so die Neuerungen. Es gibt natürlich noch viele Bugfixes, die auch natürlich von Steinbeck gemacht wurden, sind unter anderem die Problematik auf dem Mac beispielsweise. Da gibt es ja bei neueren Macs diesen sogenannten T2-Chip, der von Haus aus ein Problem mit USB-Audio-Unterfaces hatte. Das ist zwar von Apple-Seite gefixt worden, aber Steinbeck hat das natürlich auch letztendlich gefixt und bietet da jetzt eine Unterstützung für die entsprechenden USB-Geräte. Und wie gesagt, zahlreiche weitere Sachen, kleine Grafikprobleme oder sowas, sodass wir jetzt wirklich eine rundum schöne Version haben und jetzt warten wir alle nur noch und das ist ja auch von Steinbeck angekündigt worden auf im Prinzip vielleicht 10.0.3 und die entsprechende ARA-Unterstützung, das bedeutet die native Unterstützung von Programmen wie beispielsweise Melodyne von Ceremony. Da bin ich wirklich mal gespannt, aber da werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen. Ja und hier am Schluss noch mal der Hinweis, wie gesagt, auf meine wirklich umfangreiche Tutorial-Serie zum Thema Cubase 10. Wie gesagt, Cubase Complete 10 gibt es in zwei Ausführungen. Einmal die Referenz, wo wirklich alle Funktionen von Cubase erklärt werden und einmal als Effekte und Instrumente, wo wir uns speziell um alle Audio-Effekte, alle MIDI-Effekte und natürlich die virtuellen Instrumente kümmern. Und das beides zusammen gibt es auch im vergünstigten Doppelpack, nennt sich Cubase Complete 10 Collection. Ja, viel Spaß mit der neuen kostenlosen Cubase-Version und den kleinen, aber feinen Funktionen.